Ich weise die Kritik der Türkei an unserem Asylverfahren ausdrücklich zurück. Wir haben ein rechtsstaatliches Verfahren. In einem klar festgelegten Verfahren werden die Asylanträge gestellt und entschieden. Und an diesem rechtsstaatlichen Verfahren gibt es keine wirklich begründete Kritik. Zweitens, es ist nicht akzeptabel, dass die Türkei offensichtlich immer wieder und vielleicht auch dauerhaft die Abgeordneten des Deutschen Bundestages vom Besuch der Soldaten in Incerik ausschließen will. Die Bundesregierung wird dies bei den NATO-Gremien zur Sprache bringen. Das ist auch notwendig und es ist auch richtig, dass für Incerik eine Alternative gesucht wird. Allerdings muss dies nun schon innerhalb der NATO besprochen und geklärt werden. Es ist ein nicht akzeptables Verhalten, dass ein NATO-Partner dem Parlament eines anderen NATO-Partners den Zutritt verweigert. Wir treffen uns heute in der Bundestagsfraktion in einer sehr schönen Stimmung. Wir haben drei Landtagswahlen für uns entschieden und haben also zeigen können, wir können Wahlen in den Ländern gewinnen. Wir konzentrieren uns aber auch auf unsere Arbeit. Wir haben noch eine ganze Menge Dinge hier in den letzten vier Sitzungswochen zu verabschieden. Noch nahezu 50 Gesetze sind noch auf dem Weg ins Gesetzplatz zu bringen. Das ist noch eine ganze Menge. Ich gehe davon aus, dass all die Verfahren, die wir begonnen haben, auch abgeschlossen werden können.